Wir haben Fässer. Wir machen eine Runde jeweils durch in jeder Gewichtsklasse und danach wechselt das dann in die nächste Runde und so weiter. Wir machen in der Regel drei Kampfrunden. Bei den Fässern und Raptoren machen wir vier. Ich hoffe, dass wir alle hier viel Spaß haben. Bitte achtet darauf, aktivieren von den Robotsanen nur. Wenn ihr das freut, bitte mit dem Schein sagen. Das kann ich dann noch mal auf Engel schlagen. Mario, mach gut. Alles klar, macht euch bereit. Es geht mit den Ends los. Bitte schaut auf die nächste Kampfraum, dass ihr bereit seid. Das heißt, wir fangen an mit Reddruck, Red Bull, Red Line. Machen Sie sich bitte fertig.